Die Gerichtsentscheidung in Australien um die Ausweisung des Tennisstars Novak Djokovic ist gefallen. Der Tennis-Weltranglistenerste muss das Land verlassen. Weil Djokovic ungeimpft ist, hatte die australische Regierung dem Tennisprofi zuvor schon zweimal das Visum entziehen wollen. Unter anderem, weil Djokovic die Anti-Impf-Stimmung in Australien anheizen könne. Zweimal haben seine Anwälte Einspruch erhoben. Doch nun steht das Urteil fest, Novak Djokovic darf nicht an den Australian Open teilnehmen. Und auch voraussichtlich drei Jahre lang nicht mehr ins Land Australien einreisen. Deshalb schauen wir doch direkt mal zu unserer Australien-Korrespondentin Barbara Barkhausen. Was hörst du in Sydney? Wie lautet die Begründung zur Entscheidung? Nun, es gibt keine große Begründung bisher. Es ist interessant, dass die australischen Richter jetzt nicht darüber entschieden haben, ob die Entscheidung des Einwanderungsministers, das Visum zu stundieren, richtig ist. Sondern sie haben rein entschieden, ob das irrational oder rechtswidrig gewesen sei. Und sie kamen zu der Entscheidung, dass das nicht der Fall war. Das heißt, wenig Chancen jetzt für Djokovic. Es bleibt ihm eigentlich nur noch die Ausreise jetzt. Welche Fristen muss er denn da einhalten? Heißt, wann muss Djokovic Australien verlassen haben? Ich gehe davon aus, dass das jetzt umgehend passieren muss. Das heißt, dass er im nächstmöglichen Flieger das Land verlassen wird. Also da, man kann jetzt nicht noch Urlaub in Australien machen oder irgend sowas. Er muss jetzt wirklich schnellstmöglich raus. Und in den ersten Medienberichten hieß es auch, dass das noch vor Beginn des Turniers morgen Vormittag stattfinden wird. Und eine Einreisesperre, gibt es die auch für ihn? Sind damit die Australian Open erst einmal für längere Zeit für ihn passé? Das ist durchaus möglich. Also normalerweise, wenn ein Visum stundiert wird, geht das einher mit so einer dreijährigen Sperre. Das ist aber jetzt die Frage, ob seine Anwälte da etwas für ihn aushandeln können. Und ich nehme an, dass das vielleicht jetzt auch ein bisschen Goodwill wäre. Zum Beispiel lässt er sich noch impfen und geht da ein bisschen einen Schritt auf die australische Regierung zu. So könnte ich mir vorstellen, dass da auch nochmal wieder ihm entgegengegangen wird. Aber was ganz interessant war, ist, er hat sich am Sonntag nicht persönlich geäußert. Und ich glaube, das ist auch ganz deutlich vom Anwalt der Regierung gesagt worden. Das hat man ihm so ein bisschen krumm genommen. Denn es wäre ja die Chance für ihn gewesen, sich da zu äußern und im Prinzip sich nicht als Impfgegner darzustellen, sondern pro Impfungen zu sprechen, wenn er das gewollt hätte. Wie nimmt man denn diese Entwicklung? Heißt das Gerichtsurteil in Australien auf? In der Bevölkerung wird es jetzt keine Proteste mehr geben in Sachen Corona-Politik, Maßnahmen, Impfstatus und ähnliches? Oder genau das Gegenteil? Nun, das wird jetzt ganz interessant, weil die Begründung des Einwanderungsministers war ja, dass er befürchtet, wenn der Djokovic spielt, dass das die Impfgegner anstacheln könnte. Sein Anwaltsteam wiederum hat dann argumentiert, dass genau das Gegenteil der Fall wäre, nämlich wenn er jetzt ausgewiesen wird. Da warten wir mal ab. Auch interessanterweise waren gestern erste Demonstrationen in Sydney und Melbourne von Impfgegnern. Und die haben sich natürlich den Djokovic auf die Fahnen geschrieben, ob er das nun so wollte oder auch nicht. Insgesamt ist die australische Bevölkerung, denke ich, im Großen und Ganzen auf der Seite der Regierung. Eine Umfrage von zwei Tageszeitungen, die ich heute aktuell gesehen habe, da haben über zwei Drittel der Leute, die abgestimmt haben, dafür gestimmt, dass Novak Djokovic das Land verlässt. Das sagt Barbara Barkhausen in Sydney. In Kürze werden die Australian Open beginnen, das Tennisturnier, wo dann hoffentlich das Sportliche allein im Vordergrund steht. Vielen Dank nach Sydney in Australien. Vielen Dank.